Bitte stecken Sie 50.000 Euro in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. 50.000 Euro. Ich habe natürlich nur die Tageseinnahmen hier. 40.000? 30.000. Vielleicht 1.000, 1.200. Eine Waffe ist auf Sie gerechnet. Ah, eine Waffe! Da steht aber Waffe. Nein, Waffe. Das ist ein L, kein E. Ja gut. Bitte stecken Sie 50.000 Euro Tageseinnahmen in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. Eine Waffe ist auf Sie gerichtet. Das ist ein Überfall. Das ist Ihr Ereignis. Das ist ein, kein E ihmeramesi. Das ist ein, kein Eierunder. Das ist ein, kein Eier supportive. Das ist ein, kein Eierer. Ihr ist ein, kein Eierer. Dass ich so traurig bin, das hab ich gesungen. Bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationsheim verhoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt und kreischt Feuer.